Es sind wenigstens zwei Pölypen-Inversionsstrukturen, denn hinter dem äußeren Eingang, dem Propyläen zum Tempel, liegt das Adyton oder Abaton. Und hinter diesem Allerheiligsten liegen immer noch labyrinthische Strukturen, die nochmals ihr Echo finden in den eigenen Eucharonta. Die gar nicht vorliegen in anatomischen Fältelungen, sondern die in einem nervalen Bahnungsnetz an Jubilationserfahrungen gelegen sind, sofern diese entwickelt wurden.